Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch. Heute mit einem speziellen Video. Wir machen nämlich heute nichts wie Kochen. Wir machen ein Unboxing-Video. Ich habe ein Abo von «Lude Chest». Einmal im Monat kommst du ein Päckchen. Es sieht so aus. Ja, so sieht es aus. Mit verschiedenen lustigen Sachen. Also einfach so Sachen von Games oder Batman-Sachen. Also Marvel-Universe usw. Es hat einfach noch Schlägerzeuge drin. Jetzt ziehen wir es mal auf mit meinem Messer. Unboxing-Megamesser. Also. Es ist immer noch so ein Heftchen dabei. Mit Infos drin. Gewöhnsspiele und weiss nicht was alles. Aber ich will es noch nicht zu viel verraten. So können wir das Zeug gar nicht mehr anschauen. Also, wir haben hier ein Superman-Kryptonite. Nehmen wir mal. Eine Postkarte. Eine Postkarte. Next. Oh, mega cool. Händchen. Dark Souls. Ich glaube, das ist ein Spiel. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ich finde vor allem die Grösse gut. Die gehen wir nehmen. Ich habe ja so kleine Wurstfinger. Ich drücke mich mit dem nicht um. Wie geil ist das? Und das habe ich drauf. Das ist etwas, das mich richtig anscheisst. Dass ich im Winter nicht kann. Und jetzt habe ich solche Händchen. Also. Das ist jetzt wirklich überraschend geil. Was zerhörst du das? Irgendeine Figur. Ah, das sind hier die Nein-Gag. Also, ich weiss nicht, ob ihr die Nein-Gag kennt. Nein-Gag ist so eine Seite mit so dummen Bildern und Videos. Das war lustig. Manchmal auch nicht lustig. Es hat wahnsinnig viele Katzen-Sachen. Und die geringen, die sieht man dort auch immer wieder. Ich tue es jetzt nicht auf. Ah, gering. Gut. Ein T-Shirt. So. Wo drauf steht. Samus Pest Control. Ähm. Ja. Also. Da habe ich jetzt auch wieder keine Ahnung, von was das könnte sein. L. Ich bin zu viel frissen, leider. Also. Keine Ahnung. Aber ein super cooles T-Shirt. Auch von der Verarbeitung her. Wirklich nicht, leider. Also. Das lege ich sicher mal an. Gut. Nein. Hey, mega viele Sachen. Haben wir hier ein Suicide Squad im Schlüsselanhänger. Und ich habe den Film nicht gesehen. Aber ich weiss, wenn wir den Schlüsselanhänger geben, ist eigentlich der Ciel Noir. Und sie ist mega Fan von dieser. Ich glaube, sie geht sogar an die Fasnacht als die. Als die Harley-Kindame. Steh. Das überkommst du von mir. Es wartet hier bei uns. Neben einem Glasweissen. Come on. Oh mein Gott. Super Sour Poppin. Ich liebe alles, was sauer ist. So geil. Meine Katte tut mir ganz panisch an. Ich liebe es, was sage ich. Und vor allem ist das noch fein. Ich könnte mir auch so etwas in ein Muffin nicht tun. Wenn das Muffin nicht beiisst. Und dann? Jetzt haben wir noch etwas. Ein Turnsäckli. Mit Walking Dead. Weisst du, wie lustig es wäre, wenn wir jetzt ein Kind hätten, der in die Schuhe muss und dann das hier auch als Turnsäckli bekommt. Hure Freaks. Ja, ich finde das lustig. Ja. Ich habe komischen Humor. Also Walking Dead. Turnsäckli. Auch ganz gut. Auch ganz gut verarbeitet. Kann man wirklich... Den kann man sicher auch brauchen. Mega gut. Also ich muss jetzt wirklich sagen. Ich habe heute schon ein, zwei Loot Chests aufgedacht. Und ich glaube, so eine coole Loot Chest hätte es noch gar nichts gegeben. Weil die Handschuhe sind wirklich top. Und es hat mega viel gegeben. Und das Schläckzeugzeug war natürlich auch mega toll. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Halt mal etwas anderes. Aber auch so etwas aus der Welt, die ich halt gerne habe. Und ja. Bis gleich. Was soll ich noch sagen? Etwas sagen? Also. Bis gleich.